Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schon bald wird eine Abstimmung stattfinden über diverse Themen. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt mit einem investigativen Journalisten Stefan Seiler, wo wir über das EID-Gesetz sprechen werden. Er ist Gegner, soviel mir bekannt ist. Ich werde eher die Position vom Bundesrat und Parlament vertreten und dieses Video soll im Wesentlichen eine Entscheidungshilfe sein für die bevorstehende Abstimmung. Stefan Seiler, danke, dass du Zeit für uns hast. Ich habe mich sehr auf diesen Moment gefreut. Wenn du nichts dagegen hast, machen wir gleich per Du. Ja, das ist in Ordnung für mich. Dankeschön, Stefan. Okay, bald wird über das EID-Gesetz abgestimmt. Kannst du uns oder mal grundsätzlich verraten, warum du dagegen bist? So, zwei, drei Punkte, warum du sagst, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, natürlich. Was ganz, ganz schräg ist bei diesem Gesetz, bei dieser EID, es ist ja so, dass das eine hoheitliche Aufgabe wäre des Bundes, also der Behörden, einen Pass herauszugeben. Das war ja bisher auch so. Das heisst, die Behörde hat den Pass heraus, das Passbüro von der Behörde, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und jetzt neu soll dieser Pass, der dann vielleicht, das weiss man gar nicht, international dann auch anerkannt werden soll, soll jetzt von privaten Firmen herausgegeben werden. Das heisst, von Konzernen, UBS, Versicherungsgesellschaften. Und das ist natürlich ein riesen Datenschutzproblem, aber auch ein riesiges juristisches Problem. Inwiefern? Ja, weil, wenn ich einen Reisepass kriege, von privaten Firmen ausgestellt, dann ist es wahrscheinlich so, dass er von gewissen Staaten im Ausland nicht anerkannt wird. Weil, das ist ja, das müsste eine Repräsentation des Staates sein. Ja. Und wenn diese Aufgabe an Private abgegeben wird, was unglaublich ist, ich kann das gar nicht fassen, dass das Parlament dem zugestimmt hat, das ist aber so. Ja. Dann kann das sein, dass ich erstens gar nicht reisen kann mit diesem Pass und zweitens natürlich Datenschutzprobleme. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es vorrangig nicht darum, irgendwie, wie bei einer Idee, das Land zu verlassen zu können und so weiter, sondern es soll mehr darum gehen, dass man Handyverträge schneller abschliessen kann, dass man bei Betreibungsregister schneller bestellen kann und sich quasi so verifizieren kann, das klingt doch eigentlich ganz in Ordnung. Also ich meine, ich habe selber in der IT und im Support gearbeitet und dort haben sich die Benutzer auch immer wieder über die Anzahl Passwörter beschwert, die sie sich merken mussten. Das klingt doch nach einem vereinfachten Weg, sich zu verifizieren. Was spricht dagegen? Es spricht dagegen, dass ich eben, also der Datenschutz ist natürlich ein Problem, weil der Datenschutz, das war ja bisher, wenn ich mit einer Identitätskarte komme, dann ist dieser Datensatz nicht bekannt, weil ich die Identitätskarte kriege ich ja vom Staat. Jetzt aber neu, kriege ich den elektronisch, natürlich mit dem überwachbar von privaten Firmen, mit denen ich gar keinen Vertrag will und auch keinen habe. Und es ist auch völlig unnötig, weil die bisherige Identitätskarte, die wir haben, die reicht ja. Aber die wird ja auch nicht abgelöst. Nebenbei muss man auch noch sagen, die EID ist ja freiwillig, also niemand muss, wenn man nicht will. Ja, das ist eben so eine Sache mit der Freiwilligkeit, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch bei den elektronischen Impfausweisen mit der Freiwilligkeit. Das BAG empfiehlt ja, es läuft übrigens alles darauf hin, EID 20, das ist auch übrigens ein Modell oder ein Plan, der entworfen wurde, ich sage dem von der Arosa-Klicke, also vom WEF. Es gibt ein Buch, The Great Reset, geschrieben von Klaus Schwab, er ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos und dort ist eigentlich alles geschrieben und das passt alles zusammen. Das heisst also, die Überwachung ist ein Bestandteil dieser neuen Weltordnung, dieses neuen Plans und das ist geschrieben vom Gründer vom Weltwirtschaftsforum. Okay, aber fokussieren wir uns auf die EID, eben, das klingt doch alles ganz, und es ist ja freiwillig, also wer nicht will, der muss nicht, also wo liegt da das Problem? Das ist schon so, natürlich ist das freiwillig, am Anfang ist alles freiwillig, es ist aber natürlich so, das sehen wir jetzt in der Corona-Krise, es ist genau dasselbe, es wird freiwillig vorgetäuscht, aber es gibt natürlich dann Einschränkungen, das heisst zum Beispiel jetzt Impfung, es gibt ja schon eine Fluggesellschaft, Qantas Airlines, die keine Personen mehr befördert ohne Impfung. Gibt es schon, also oder es ist mindestens in Planung, also das hat der CEO öffentlich gesagt und das ist natürlich so eine Freiwilligkeitsgeschichte, wo dann unfreiwillig wird plötzlich, weil ich solche Dienstleistungen, wie zum Beispiel ein Handy, das ich wahrscheinlich dann brauche, also ich könnte auf das Smartphone echt nicht mehr verzichten, wenn ich unterwegs bin. Ich vermutlich auch nicht. Sie wahrscheinlich auch nicht, oder du wahrscheinlich auch nicht. Und das ist genau das Problem, also du kannst dann kein Handy-Abo mehr abschliessen ohne diese EID, du wirst dann vielleicht nicht mehr Zug fahren können ohne diese EID, du wirst dann vielleicht auch im Coop nicht mehr einkaufen können. Danke. Danke. Das ist genau die Sache mit der Freiwilligkeit. Gut, aber das sind ja noch Befürchtungen, die noch hoffentlich, also noch in weiter Ferne wären, wenn es denn so wäre, sage ich jetzt mal. Das glaube ich nicht. Denkst du nicht? Nein, das denke ich nicht. Das sieht man jetzt bei dem elektronischen Impfausweis. Also das fängt ja jetzt schon an. Okay. Mit den Einschränkungen. Kommen wir mal auf die Argumentation von Bundesrat und Parlament. Sie schreiben, mit einer staatlich anerkannten und geprüften EID wird vieles im Internet einfacher und sicherer. Kein Chaos mit unzähligen Logins und Passwörtern. Mehr Kontrolle und Transparenz über die eigenen Daten. Ein Mittel gegen Identitätsbetrüger, schreiben Sie. Unabhängig von Öffnungszeiten. Weniger Schlange stehen am Schalter und weniger Papier. Also Entbürokratisierung eigentlich. Das ist doch eine gute Sache. Haben wir da jetzt schon. Also ich frage mich auch, wenn das so Passwort ungeschützt ist, das Ganze, ist denn das sicher? Sie schreiben hier, wenn ich das richtig gelesen habe, schreiben Sie, dass alles eigentlich gesetzlich geregelt ist. Ah, hier schreiben Sie vom Datenschutz. Das schreiben Sie übrigens direkt im Abstimmungsbüchlein. Ganz interessant. Sie schreiben hier wörtlich, der Datenschutz im EID-Gesetz geht über die Vorgaben des Datenschutzgesetzes hinaus. Daten dürfen immer nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der EID-Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben werden. Sieht doch alles seriös aus. Mhm. Ja, ja. Also wo liegt das Problem? Sie versprechen uns quasi, also Bundesrat und Parlament versprechen uns eigentlich, dass zu den Datensorge getragen wird. Hast du zwei oder drei Gründe, wo du sagen würdest, es gibt Gründe, dem nicht zu trauen oder diesen Aussagen nicht zu trauen? Okay. Welche wären das? Das wäre, das ist ganz einfach. Der Bund ist dann Datenlieferant von persönlichen Daten, von Bewegungsdaten natürlich auch. Und die Daten gehen aber nicht, bleiben nicht beim Bund, das müssten sie ja, sondern sie gehen zu privaten Konzernen. Aber die dürfen diese nicht verwenden, wenn ich das richtig gelesen habe? Ja, ja, sie dürften nicht. Also ich traue, also man sieht es ja jetzt in der Corona-Krise, oder? Ich traue dem Staat überhaupt nicht mehr und das begründbar, das kann ich auch beweisen, warum ich dem Staat nicht mehr traue. So viele Daten sind schon veruntreut worden. Zum Beispiel? Zum Beispiel, man sieht das jetzt bei den Impfkampagnen oder man sieht das zum Beispiel bei den Tests, bei den Massentests in den Schulen. Das sind ja DNA-Daten. Da werden auch DNA-Profile werden mit diesem Test oder können mit diesem Test in einem Labor ausgewertet werden und dann ist meine DNA dort in diesem Labor und ich weiss gar nichts davon. Das läuft aber jetzt. Das sind sich viele Leute gar nicht bewusst, dass man natürlich mit diesem Test nicht nur einfach auf Corona testet, was ja gar nicht möglich ist mit einem falsch-positiven PCR-Test von 90%, sondern man kann da auch DNA natürlich mit diesem Test dann ins Labor einsenden und dann haben die ein Profil von deiner DNA. Aber so könnte man ja immer argumentieren und sagen, es gibt überall Missbrauchspotenzial. Ein Arzt kann natürlich einen Patienten mit seinem Messer aufschneiden oder kann ihm das Leben retten. So könnte man immer argumentieren eigentlich. Richtig. Es gibt hier keinen Grund, keinen einzigen Grund, wieso das von privaten Unternehmen kommen soll, diese EID. Das Missbrauchspotenzial ist enorm gross, weil man sieht ja jetzt auch in der Corona-Krise, dass sich Grosskonzerne nicht an die gesetzliche Ordnung halten und mittlerweile auch der Bundesrat nicht mehr gegen Bundesrecht verstosst, gegen Bundesgesetze verstosst, vor allem gegen die Verfassung und auch das Parlament. Hast du zwei, drei Punkte, anhand denen du genau sagen kannst, gegen das und das und das haben sie verstossen? Ja, zum Beispiel gegen das Recht auf Freiheit, gegen das Recht auf Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit, gegen das Recht auf Meinungsäusserung, das geht noch. Man darf seine Meinung noch sagen, das ist noch so, das Recht zum Beispiel seine Religion auszuüben, also in der Kirche zum Beispiel, das geht ja nicht mehr, nur noch Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Und dies völlig entgegen der wissenschaftlichen Evidenz. Okay. Kommen wir zurück zur EID, wir sind am besten abgeschweift, weil kein Problem, gehen wir weiter in drei Dokumenten. Entschuldigung, ich muss natürlich, oder? Ich muss, die EID, die haben wir da noch nicht, also deshalb muss ich natürlich ein bisschen begründen aus der Geschichte, die wir jetzt haben und aus der vergangenen Geschichte. Absolut, absolut, fantastisch. Ich hoffe, du verstehst das. Das verstehe ich absolut, ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen das ebenfalls, weil es geht ja darum zu erklären und nicht nur zu sagen, es ist so. Ja, genau. Absolut. Gehen wir weiter in der Argumentation. Bundesrat und Parlament schreiben weiter, also Befürworter schreiben, von einer staatlich anerkannten und geprüften Schweizer EID profitieren alle. Einzelpersonen, Behörden Unternehmen und Verbände. Das klingt doch zuerst mal ganz gut. Warum? Ja, weil es heisst, die profitieren davon. Entbürokratisierung, es kostet weniger, keine Arbeit, also man ist nicht auf Arbeitszeiten angewiesen, man kann alles zentral quasi regeln. In der IT gibt es dann auch grosse Chancen auf sehr viele, auf grosse, sage ich jetzt mal auf Automation, dass man eigentlich weniger Personal anstellen muss, etc. und so weiter. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz sinnvoll. Muss ich denn, wenn ich eine normale Identitätskarte vorweise, zum Beispiel beim Handyvertrag oder zum Beispiel beim neuen Führerausweis, gibt es, was gibt es da mehr bürokratische Schritte, als wenn ich das elektronisch mache? Ich habe meinen Führerausweis schon seit längerem in der Tasche, deswegen könnte ich dir jetzt seriös auf das nicht antworten. Oder sagen wir Handyvertrag oder sagen wir Migros am Scanner zum Beispiel. Ja gut, da könnte man zum Beispiel argumentieren, da muss ich mich an Öffnungszeiten halten. Wenn die EID da wäre, dann könnte ich um zwei Uhr morgens, wenn ich einen Vertrag abschliessen will oder ein Betreibergisterauszug bestellen will, könnte ich das um zwei Uhr morgens machen. Und das ist notwendig? War jetzt bei mir noch nie notwendig, aber der Argumentationshalber würde ich es einfach mal sagen, also das wäre ein Vorteil. Nein, es ist, also erstens ist es übrigens gesetzeswidrig, weil ein Personalausweis darf nur vom Staat ausgegeben werden, das kommt dazu, es stösst gegen das Bundesgesetz. Okay. Weil das sind staatliche Aufgaben, die sind ganz klar definiert, was eine, also eine staatliche Aufgabe ist eben zum Beispiel das Ausstellen von Personalausweisen vom Staat. Jetzt ist es so, wenn ich bei der UBS angestellt wäre, dann wäre das etwas anderes. Dann stellt mir die UBS, kann mir einen Personalausweis ausstellen, mit dem ich zum Beispiel auch juristisch mehr Vorteile habe, vielleicht Vergünstigungen, gibt es ja auch. Und dann muss man noch eines bedenken, was ganz klar nicht erkannt wurde vom Parlament, wie vieles anderes auch nicht. Es kann nämlich sein, wenn ich die allgemeinen Vertragsbedingungen dann lese, wenn dann diese EID mir zugestellt würde als App, muss ja eine App sein, wenn es elektronisch ist, gehe ich davon aus. Es wird zumindest ein Login sein, soweit ich weiss, bei einer Datenbank, ob es dann. Ich denke mal, wenn… Entschuldigung, dann brauche ich ja wieder ein Passwort. Das ist so, ja. Und es wird aber argumentiert, mit ein Grund sei diese Passwortgeschichte, dass… Dass man eigentlich, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass es eigentlich eine Plattform gibt, eine Möglichkeit sich zu identifizieren, ein Passwort gibt und das ist anstatt eben, ich habe bei diesem Bundesamt ein Login und ein Passwort, ich habe bei dem Anbieter ein Login und ein Passwort und etc. und so weiter und aus Sicherheitsgründen diversifiziere ich meine Passwörter. Also das wird sogar zentral gespeichert, das ist natürlich dann für die Konzerne noch einfacher an meine Daten heranzukommen. Also das ist die Argumentation, was Sie jedenfalls sagen. Aber gehen wir mal noch weiter. Das EID-Gesetz ebnet den Weg für vertrauenswürdige Schweizer Lösungen, es schafft klare Regeln für mehr Transparenz und Datenschutz und garantiert unabhängige Kontrollen. Ja, das ist natürlich völlig, das ist ein totaler Widerspruch. Aus welchem Grund? Wenn ich einen Personalausweis an Drittfirmen gebe, über die ich keine Kontrolle habe, der Bundesrat hatte keine Kontrolle über die UBS zum Beispiel. Ich rede jetzt immer nur von der UBS, wie viele Firmen, wissen Sie, weisst du, wie viele Firmen da noch involviert sind. Nicht auswendig, sicher nicht auswendig. Aber es sind private, also es sind Versicherungsgesellschaften und Banken vor allem. Das ist ein Konglomerat. Man kann auch eine Verbrecherorganisation, kann man sie auch nennen. Und die haben irgendeinen Deal gemacht mit dem Parlament und eben jetzt soll das herausgegeben werden von privaten Firmen, was es noch nie gab, was auch völlig, das ist absolut überhaupt nicht notwendig, birgt aber ein unglaublich grosses Risiko für Missbrauch. Und das haben wir ja auch schon mal gehabt, zum Beispiel sogar innerhalb der Behörde mit der Fischenaffäre, wer sich noch erinnern mag. Aber auch andere Skandale, zum Beispiel auch, da muss ich wieder auf die Covid-Geschichte zurückkommen, das App, das Covid-App, wo ja Spezialisten festgestellt haben, dass es völlig unsicher ist. Das ist zum Beispiel auch mit wieder ein Hinweis, dass uns vorgegaukelt wird, aus irgendeinem völlig unnötigen Vorteil, eben zentral, wir brauchen weniger Passwörter, es ist bequemer, ich kann einfach irgendwo in den Laden gehen und dann macht es Ding, alles geht vollautomatisch. Aber was da alles für Missbrauchsmöglichkeiten dahinter stecken, das ist den meisten gar nicht klar. Aber dann kehren wir die Argumentation mal um, wäre es denn besser und günstiger, wenn der Bund jetzt ein riesen Apparat aufbauen würde? Das muss er gar nicht, das hat er schon. Das könnte er jetzt schon bewerkstelligen, er könnte jetzt schon eine App herausgeben und könnte mit seiner ID das bewerkstelligen. Und welches Bundesamt würde das machen, wie würde das strukturell aussehen, plus, minus? Ja, das wäre dann das Bundesamt des Innern, würde ich sagen. Und dann natürlich über die Einwohnerkontrollen, so wie das bisher gelaufen ist, oder über die Passbüros. Aber es braucht gar keinen elektronischen Pass, es braucht gar keine elektronische Identifikationsmöglichkeit vom Bund. Wir haben ja genug, wenn ich zum Beispiel zu Salt gehe, ich gehe in einen Salt-Shop und möchte ein Handy-Abo abschliessen. Dann zücke ich mein Portemonnaie, nehme die normale Identitätskarte raus, zeige die und alles ist in Ordnung. Wo ist das Problem? Für was brauchen wir noch eine zusätzliche App, um sich zu identifizieren? Ich denke, es geht darum, das Ganze auch ein bisschen, also auch die, sage ich jetzt mal, die behördlichen Strukturen in die eher IT-Zukunft zu führen, sage ich jetzt mal. Mehr Automatisierung, weniger Personal, weniger Aufwand etc. Also sehe ich mehr Arbeitslose? Ich sehe das von der Seite IT, weil in der IT wird eigentlich meistens das so gemacht bei den Unternehmen, dass immer weniger Arbeit, wie soll ich sagen, dass nur noch die Wartung und die Pflege der Server und der Daten eigentlich wichtig sind und gut sein müssen und der Rest eigentlich fast total automatisiert ist und das eigentlich eine Entschlankung ist, sage ich jetzt, von der ganzen Geschichte. Ist es eine Entschlankung? Also im Sinn von, man sind, oder falsch formuliert, also es ist eine Optimierung. Eine Optimierung. Optimierung, nennen wir es so. Diese Optimierung, da gibt es Forschungsergebnisse von Zukunftsforschern, aber auch von Ökonomen. Das ist ja ein Ziel, ein globales Ziel, das immer mehr automatisiert werden soll. 5G, Totalüberwachung, Stichwort, ein anderes Thema. Aber das führt natürlich auch dazu, da sind sich alle Wissenschaftler, die ich gehört habe einig, das führt dazu, dass es viel mehr Arbeitslose gibt, das führt dazu, dass die Leute noch fauler werden, noch weniger Sport machen, noch mehr, nur noch konsumieren, noch mehr, nur noch auf den Bildschirm schauen, noch mehr gamen und so weiter. Wir haben ja jetzt schon soziale Probleme, wegen den Smartphones, wegen dem Gamen, wegen der Strahlen auch natürlich, wegen den elektromagnetischen Strahlen. Und das soll jetzt noch befördert werden. Völliger Irrsinn. Okay, gehen wir mal weiter. Zahlreiche, also jetzt kommt es, zahlreiche andere Länder sind in der Schweiz voraus und haben bereits eigene elektronische ID's. Dieser Rückstand schwächt unsere Innovations- und Wirtschaftsstandorte, also der Schweiz. Was sagst du dazu? Das ist immer, es ist unglaublich, wie lange das in der Schweiz schon funktioniert. Die Angstmacherei vor dem Untergang des Wirtschaftsstandortes. Erstens ist der Wirtschaftsstandort Schweiz, vor allem in ausländischen Händen, also das heisst die grossen Konzerne sind gar nicht in Schweizer Hand, das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, oder haben sich nicht damit befasst. Und, das ist natürlich ein völliger Blödsinn, was soll eine App dem Schweizer Wirtschaftsstandort helfen? Aus welchem Grund soll das dem Wirtschaftsstandort helfen? Kein Mensch, im Gegenteil, es werden Leute abgebaut. Ja, nein, weil man dann, so man argumentiert, vermutlich so, dass man sagt, ja unser Nachbar hat es, der fährt ganz gut damit, warum sollen wir es nicht tun? Der spart Geld, der spart Personal. Gut, wenn jetzt der Nachbar zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Nachbar führt irgendwie eine Waffe gegen Zivilpersonen ein, soll ich sie dann auch übernehmen? Ja gut, das ist ein bisschen ein extremes Beispiel, weil hier geht es ja nicht um eine Waffe. Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Inwiefern? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Daten sind eben auch Waffen oder können für Waffen verwendet werden. Das sehen wir jetzt beim Impfstoff, der hochrisikoreich und auch in Einzelfällen tödlich ist. Und wenn der elektronische Impfausweis kommt, dann ist das eine Waffe für das Government, für die Regierung, um das zu steuern. Also um über dich oder mich Bescheid zu wissen von Anfang an? Wichtig und auch genau, ob ich mich impfen lassen habe, ob ich getestet wurde. Man müsste sich halt, da bräuchten wir aber länger Zeit. Wir müssen uns mal, da habe ich lange recherchiert darüber, und das ist wirklich erschreckend. Man müsste mal da, ja, ein längeres Gespräch führen über die Pläne, die eigentlich von multinationalen Konzernen bzw. von Superreichen da in der Pipeline schon lange stecken und jetzt ausgerollt werden. Okay, gehen wir mal weiter. Ein Nein zum EID-Gesetz bedeutet viele weitere Jahre ohne staatlich anerkannte und geprüfte Schweizer Lösungen. Als Konsequenz läge enormes Innovationspotenzial weiterbrach und Identifikationslösungen ausländischer Grossunternehmen, die den Schweizer Regeln nicht unterstehen, werden sich wohl endgültig durchsetzen. Was sagst du zu diesem Argument? Sie lassen sich jetzt schon durch, und zwar gegen uns. Inwiefern? Aus deinem Beispiel? Zum Beispiel Google zensuriert, Google zensiert Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler weltweit, Hochkarätige, zum Beispiel John Ioannidis, Sukarit Bhakti, Herr Wodarg, wird alles zensuriert. Das ist ein Big-Tech-Unternehmen, das grösste Big-Tech-Unternehmen der Welt. Und das hat sich gegen unsere Interessen gerichtet. Zum Beispiel Facebook zensuriert übrigens auch. Wahlbetrug durch Facebook ist gerichtsfest festgestellt worden, zum Beispiel. Das sind alles so Beispiele wie Big-Tech-Unternehmen. Also es ist unglaublich, dass man damit argumentieren kann, dass Big-Tech-Unternehmen, die in der Schweiz agieren, also nur Tochtergesellschaften haben, oder vielleicht aus Steuergründen ihren Sitz hier haben, die gegen uns arbeiten, offensichtlich, dass man dann noch argumentiert, schade, wenn sie dann nicht mehr bei uns sind. Okay, und wenn du jetzt… Entschuldigung, das wäre wie, wenn dein eigener Feind in deiner Wohnung leben würde und du dann noch sagen würdest, hört mal, das wäre schade, wenn der nicht mehr da wäre, weil dann würde er vielleicht weniger Essen bringen, oder er würde vielleicht… Ja, das ist vielleicht ein komisches Beispiel. Aber kann man jetzt so vergleichen. Geht ein bisschen weit, finde ich, weil natürlich, wenn ich meinen Feind in der Wohnung habe, dann muss ich auch irgendwie von ihm profitieren, sage ich jetzt mal, weil sonst will ich an ihm nicht in meinem Haus haben. Und das kommt noch dazu, was man den Leuten verkauft. Und ich muss echt sagen, das Volk in der Schweiz, ich habe viele Länder bereist in meinem Leben, und das naivste Volk, das ich je angetroffen habe, ist mein eigenes. Meine eigenen Landsleute. Hast du zwei oder drei Gründe, warum du genau sagen kannst, also so kurz formuliert wie möglich, das heisst, das ist schwierig? Zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative, die ist ja noch nicht lange her, das ist ein ganz gutes Beispiel. Da ist die Stimmbeteiligung eine Katastrophe gewesen, aber nicht nur, auch das Resultat der Volksabstimmung, 53,8%. Man hat den Leuten wieder Angst gemacht. Man kann die Schweizer offenbar mit Angst extrem gut steuern. Und das weiss die Politik natürlich schon lang und setzt das natürlich auch sehr erfolgreich ein. Da wurde so viel Werbung gemacht für diese Initiative, so viel Aufklärungsarbeit betrieben. Kannst du noch erinnern, überall, an jedem Fenster fast, hat man das gesehen, oder? Hat man einen Banner gesehen, Konzernverantwortungsinitiative. Diese orangenen Banner. Genau. Und wer sich ein bisschen mit der Thematik wirklich befasst hat, und das sollte man halt als Stimmbürger machen, dann konnte man nur Ja sagen zu dieser Initiative. Aber im Wesentlichen ist es ja so, dass die meisten, die eben abstimmen, dieses rote Büchlein hier eigentlich lesen, im Wesentlichen darauf achten, ob Parlament und Bundesrate ihm zustimmen und dann, ohne sich mehr damit zu befassen, sagen, ja, das wird schon gut sein, im Vertrauen darauf, dass die Leute, die man gewählt hat, Bescheid wissen. Was soll daran falsch sein? Weil das mit Demokratie nichts zu tun hat. Und weil das mit Bürgerpflichten gar nichts mehr zu tun hat. Wenn ich Bürger bin eines Landes mit solch ausserordentlichen Bürgerrechten wie in der Schweiz, das gibt es nur in der Schweiz, in Europa gibt es das nicht, eine indirekte Demokratie, das gibt es in Deutschland nicht, in Italien nicht, wo ich einfach 100.000 oder 50.000 Unterschriften sammeln kann und dann eine Initiative starten. Über fast jedes Thema. Also eigentlich über alle, über jedes Thema, sogar über Kampflieger. Stell dir mal vor, in Deutschland, die Leute würden ausrasten, wenn sie das könnten. Aber bei uns wird es nicht genutzt. Und da muss ich echt sagen, jeder, der nicht Stimmen geht, jeder, der sich nicht mit diesen Dingen, die jetzt wirklich lebenswichtig werden für uns, befasst, der macht sich schuldig. Du hast gesagt, indirekte Demokratie, aber wir sind doch eine direkte Demokratie hier in der Schweiz. Kannst du den Bundesrat wählen? Nicht direkt, nein. Genau. Aus diesem Grund, sagst du, sind wir eine indirekte Demokratie? Wir sind eine indirekte Demokratie, weil der Bundesrat, wie wir das sehen, zum Beispiel in der Covid-Krise, kann ja Verordnungen erlassen, in eigener Regie, ohne das Parlament zu fragen. Das Parlament hat sich ja zurückgezogen, freundlicherweise. Und deshalb haben wir nicht eine direkte Demokratie, sondern eine indirekte. Wenn du eine direkte hättest, dann könntest du den Bundesrat, die Exekutive, direkt werden. Wir wollen die Leute dazu motivieren oder dazu bringen, abzustimmen und eine Entscheidungshilfe zu geben. Stefan, kannst du mir jetzt abschliessend noch zwei oder drei Gründe, essentielle Gründe nennen, wirklich kurz und prägnant, warum oder um die Leute oder die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Entscheidungshilfe zu geben, warum du zum Beispiel jetzt, vermute ich jetzt nur, Nein stimmen würdest. Zwei, drei prägnante Gründe. Ja, natürlich. Es gibt ja schon mal das Grundproblem, dass die FEDPOL diese Datensätze verifiziert. Warum macht das die FEDPOL? Weil das ist nicht üblich, das war bisher nicht so. Die FEDPOL ist die Bundespolizei der Schweiz. Also das würde ja bedeuten, dass alle meine Datensätze, also alle Datensätze über alle Schweizerinnen und Schweizer liegen bei der FEDPOL, bei der Bundespolizei. Also sind wir demnach alles Hauptverdächtige geworden, dass die Bundespolizei über meine Datensätze verfügt. Weil bisher machte das das Departement des Innern, zum Beispiel über die Einwohnerkontrollen, aber nicht über die Bundespolizei und natürlich über das Passbüro. Und jetzt soll das über die FEDPOL gehen. Das ist das eine. Das andere ist, warum macht das der Bund nicht selbst? Die IDP ist ja der Herausgeber. Die IDP. Und die IDP, die besteht aus diesen Konzernen. Wenn die Konkurs gehen würde, dann werden die Daten an den Bund übertragen. Also der Bund würde das dann übernehmen. Die ganze E-ID-Geschichte würde dann dem Bund anheimfallen. Warum macht denn das der Bund nicht von selbst, von vornherein? Das ist auch eine Grundsatzfrage. Was dazu kommt, ist die Frage, es gibt ja Kantone, die jetzt schon eine E-ID herausgeben, nämlich Schaffhausen und der Kanton Zug. Und der Bund will das über private Konzerne durchführen. Die Frage stellt sich, wieso? Das ist ja eine Vertrauensfrage grundsätzlich. Weil die Schweizerinnen und Schweizer trauen dem Bund, also ich nicht mehr, viele andere auch nicht mehr, aber ich glaube, die Mehrheit immer noch. Und das ist das Problem, wenn der Bund das in private Hände gibt, dann ist das Vertrauen nicht mehr da. Und das zeigen auch die Umfragen, die über 80 Prozent liegen. Über 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer wollen diese E-ID gemäss Umfragen nicht. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Stefan Seiler, ich danke dir ganz vielmals für deine Zeit. Gerne mal auf ein neues. Daniel, ich danke dir vielmals. Gerne. Schönen Tag. Bis dann wieder什isten Tag. A liked. Bis dann wieder. Bis dann wieder. Woborgs of Neuvres além dann sind ja heute Genau. Bis dann wieder. Bis dann wieder. Du bist dann noch mal.